So, willkommen zurück zu einem neuen Mini-Let's Play, hier auf Hottox LP, mit Last Hero heute, und wir spielen Man of War, Assault Squad, eine Koop-Mission, ja, und wir zocken uns hier einfach mal. Sag mal, hallo! Ach, Leute! So. Erbsschütze kommt. Ja, ich will mal auch gleich mal Verstärkung. Das ist ja lustig, hier in dem Spiel passiert mir relativ oft, dass ich mir Einheiten bestelle und dann kriegst du Last Hero, und ich krieg die, die Last Hero bestellt hat. Aber man kann zum Glück die Einheiten hin und her schenken. Ab und schließt halt blöd, weil wenn die Frauen schicken und sie anmennen, wir haben einfach... Ich höre dich gerade sehr abgehackt, hast irgendwas mit deinem Headset gemacht, weil das verstehe ich dir fast gar nicht mehr. So, ich hab dir gerade den Schlafschützen geschenkt. Man hört sich jetzt gerade, bitte. Machen wir Pause. Müssen wir ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen, wir sind gleich wieder da. So, wir sind wieder zurück, und jetzt geht's weiter. Verstärkung eingetroffen. Und ich hab wieder keine Verstärkung bekommen, die gehört wieder alle dir da. Kannst du mir die bitte schenken? Ja, ich hab dir die falschen geschenkt, kannst du mir die unten dafür schenken? Ja, kann, mach ich. Danke. Ja, das ist ein bisschen doof, das haben sie echt doof gemacht. Weil während man da hin und her schenkt, wenn die Einheiten verletzt und tun sich weh, weil sie ja so rumstehen. Ich hab schon wieder Verstärkung gekriegt. Ist die von dir? Könnte sein, wenn die erste Verstärkung gekommen ist. Krieg dir die aus, so was du einfach brauchst. Ja. So, jetzt lasse ich die mal hervorstürmen. Sperrtfeuer. Dann rücken wir mit denen nach hier. So, Granate und... ...bei der Tod. So, ich hab fast den Punkt in der Mitte erobert. Ich hab den Lenkenpunkt mittlerweile schon fast gespürt. Verstärkung eingetroffen. Ich glaube, der Panzerabwehrtrupp gehört wieder dir, oder? Ja. Ja. So. Ich beobere jetzt gerade mit dem mittleren Punkt schon. So, kommt schon wieder, ja. Ja, Valerie. So. Ich tue jetzt gleich mal in das Maschinengewehr. Ab sofort stehen Ihnen gepanzerte Fahrzeuge zur Verfügung. Also, ich werde jetzt eine Granate reinwerfen. So. Oh, man. Oh, jetzt müssen wir nach rechts runter. Da sind viele Infanteristen. Wir haben ein Moped. Das denkt aber nicht sehr viel, am Moped. Nein, die haben ein Moped. Ja, die haben einen Moped. Die haben einen Boomer. So, das Moped ist mir down. Boomer. Wo ist der? Wo ist der? Vielleicht ist der Verzogung nach hinten. Hast du schon Panzerabwehr? Boomer, Panzerabwehr schützen. Ja, ich bestemme jetzt auch mal ein. Aber der Puma hier. Ich kann das jetzt Schwierigkeiten machen. Ja. Na, ich bin da rein. Ich bin da nahe neben 7. Ich stürme jetzt einfach hier mal. Ich glaube, ich töte die. All die Wände zusammengeschossen Das müssen wir schon wehren So, auf den Puma, auf den Puma Keine Meinung nach, jetzt ist die Tanzabwehrgranate dabei So klar, ey Keiner hatte Panzerabwehrgranate dabei Sonst, der muss kosten Ja Der beschissene Puma, der hat noch ruf Ja, der schießt Genau die Einheiten, die da unterwegs sind Zieht er und schießt auf sie und sind down So, der Panzerabwehrschütze ist, glaube ich, da Komm, schieß halt drauf Ja, ist down, der scheiß Puma Aber zu viele Einheiten gekostet Wir haben eine strategische Position eingenommen So Ja, wir haben ja vorhin schon mal ein Gefecht gespielt, das sind immer tierisch eingefahren Was hier den Schwierigkeitsgrad ein bisschen unterschätzt hat Verstärkung eingetroffen Aber auch nur ein bisschen So, ich komme mir So, ich muss hoch hier Nicht mal einnehmen hier Für die Deutschen, die die Verstärkung kriegen Die sehe ich wieder da Ach, scheiße Ich bin mir im Panzer gebrochen Verstärkung eingetroffen Irgendwie haben wir jetzt noch ein bisschen slack drauf Ja, ich kämpfe immer noch rechts bei dieser Flanke da Können Sie das endlich mal mir ein bisschen helfen? Ja Ich schaue nur, dass ich irgendwas gegen die Panzer da da organisiere Letztlich ein Panzerwagen, der im Gestrüpp hängen bleibt Uh, und da kann ich ein Stück Ne, der ist ja im Gefein Ja, der kommt natürlich wieder zu mir Darum kommen die immer zu mir, Alter Ich, ah, du hast Das linke Flanke ist so gut, da ist nie irgendwas Bei mir sind immer die ganze Zeit Panzer und Puma Und jetzt sind schon wieder mit den ganzen Einheiten im Arsch Können wir wiederbeleben, dankeschön, leben alle wieder So Weitermachen, den auch noch Können wir da vielleicht auch mal in Deckung gehen Aber ich glaube, das ist, was das Können die nämlich Ja, ich habe das auch immer Für ihre Erfolge stellt Ihnen das Bataillon zusätzliche Ressourcen So wie die 101. U-Chefs Luftlandedivision Aber Hauptsache, mein, zu tot Mein Panzerabwehrschützer war der ärgste Idiot Ach, da warum stellen die mir da oben ein bisschen Ding drin? Hallo Bam Jawohl Da müssen scheiß Maschinenwehrschützer drin, darum sterben die die ganze Zeit da Da, Stuck übernehmen So Mach das Hör vor Und Oh, nee Was? Nee Feins Panzer Kannst du mir die Einheiten da schenken? Ah, nee So Wo? Die da drüben, ja Danke schön Dankeschön So, ist das eine Tätische Zulicht da? Verstärkung eingetroffen Ach, verlor der Feind So So, halb dem halt Scheiße Was denn? Mein, äh, Greyhound ist in die Luft gegangen, weil er in den Park ist Was? Ah, ja, ich schau, dass ich grad irgendwie einen PZ-4 anmache Scheiße, jetzt kommt noch ein Panzer bei mir jetzt auch Hoch, ich bin grad ein wenig Ich stürme da jetzt hoch, ey Ah, die haben wieder da Granateneck entgelegt Ich hab' wir uns keine Bonze auf die Granaten haben PZ-4 in der Mitten Wer hat die Granate? Komm, lauf, 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 lauf Ah, er muss die noch hinhocken erst Die Granate nehmen, anstatt dass er im Laufen sich die scheiß Granate holt Schmeiß drauf Oh, Besatzung verwundet Nein Der hat mich zerstört, der Arsch Wart, wann sind diese Granaten so schlecht, ey? Was tut, der hat auch keine Granate dabei Irgendwer von denen eine Granate dabei Nein, natürlich auch nicht Da ist noch ein Typ von dir Der hat eine Granate Ey, hätte ich probiert Ach, hat irgendwas ein leichter oben eine Granate EZ-4, kannst du übernehmen? Nein, der ist bei mir ist so zerstört Ich hätte, ob die haben nur zwei zerstört Ich habe nur das Symbol, um ihn zu vernichten Ich könnte vielleicht auch mal schießen Ja, die werden jetzt zusammengeschossen So klar Schmeiß gleich mal die Granaten zurück Nein, ich kann's gar drinnen Ja, cool Aus dem Werkzeug schließt noch mal Was? Aus dem Werkzeug schließt noch mal Na, ich einfach nur versucht einzusteigen Nein, ich habe ja ein Jahr hingeholt Ich habe jetzt noch mal ein Set gesichert und kann euch sofort da öffnen Ja, ich bin auch gar beim Vorrücken, das ist jetzt ganz so eine scheiß Stelle, ey Ganz schwer hinkommt So komm, knall den Typen da ab, ey Dann der Madicson wieder wiederbeleben, ey So Kannst du bitte die ganzen Einheiten untergeben? Ja, was? Sehr schön Da war der Panzer ab, was wird er hat Mockrad bricht durch Hütte ihn Brach durch, ist schon im Arsch Ja, weil wieder keiner am Maschinengewehr hockt Reparierst du dir den Panzer? Reparier ich gar Kannst du aber dann nehmen, wenn du willst Ja, der ist noch ein Fack, das zerstöre ich mich schnell Oh, da kommt der Puma Oh, da kommt der Puma Alter, der bleibt einfach stehen Der Granate in der Hand Ah, kommt der Ja, na gut Oh, und sehr viel ETE-Tams Ich hätte zwar einen Pack von ihnen ausgeschaltet Ja, ich fahr mit meinem Panzer nicht recht weit Ja, ich fahr mit meinem Panzer nicht recht weit Äh, das war mein Todeswurter für meinen Schermann Hast du schon einen Schermann? Oh, hab ich schon Ich darf jetzt nicht mal einen Hügel an Ich bin schon fast da Da ist noch eine Pack, Achtung Wow Ganz schön sauer auf mich Ich habe noch den Wasser Ich habe noch nie Einer Sitzel da rüber Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018